Musik Wohnen, wo andere Urlaub machen, davon träumen viele. Die Mehrfamilienhäuser am Hogenberg 7 und 9 bei Wangen im Allgäu machen es möglich. Musik Beliebte Urlaubsziele wie der Bodensee am Dreiländereck zu Österreich und der Schweiz, die Alpen, das Allgäu und Oberschwaben sind in ca. 30 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Auch Metropolen wie Stuttgart, München oder Zürich sind unter zwei Stunden leicht per Bahn oder Auto erreichbar. Doch auch wenn man seine Zeit mal lieber zu Hause verbringen möchte, bieten die sieben Wohnungen am Rande des pulsierenden Dorfes Haslach eine herausragende Wohnqualität. Musik Die großzügig angelegten Außenflächen bieten erholsamen Freiraum für Erwachsene und Kinder. Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Gartenabteil. Im Haus Nummer 7 zusätzlich über eine traumhafte Terrasse bzw. über einen großzügigen Balkon. Mit einer Garage pro Wohnung sowie zahlreichen Stellplätzen vor den Häusern braucht man sich nie Sorgen, um einen Parkplatz zu machen. Das Haus Nummer 7 bietet modernes Wohnen. Es wurde in Massivbauweise von einer ansässigen, renommierten Baufirma unter der Überwachung des TÜV Süd zu höchsten Qualitätsansprüchen 2007 fertiggestellt. Die Innenausstattung ist durchwegs gehoben, inklusive hochwertigen Küchen und modernen Bädern. Zu jeder Wohnung ist ein geräumiger Kellerraum mit zusätzlichem Gemeinschaftswaschraum vorhanden. Wer das gemütliche Wohnen in einem klassischen Allgäuer Wohnhaus bevorzugt, wird sich in dem Haus Nummer 9 sehr wohl fühlen. Es wurde 2014 außen saniert, inklusive Einbau von neuen, modernen Fenstern. Die Erdgeschosswohnung wurde 2010, die Obergeschosswohnung 2005 komplett saniert. Für die Wahl einer perfekten Wohnung ist auch die wirtschaftliche Struktur und die lokale Infrastruktur von größter Bedeutung. Mit einem aktiven Dorfleben, einem Dorfladen, einer Gaststätte, einer Kita, Kindergarten und Grundschule bietet Hasslach alles in unmittelbarer Nähe. Großmärkte sind in weniger als zwei Kilometern Entfernung zu erreichen. Mit einer Lage im Zentrum des Dreiecks Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau befindet sich Hasslach in unmittelbarer Nähe von einer der stärksten Wirtschaftsregionen in Deutschland. In der Region um Hasslach findet man sowohl weltweit erfolgreiche Mittelstandsfirmen als auch Großkonzerne aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Maschinenbau und Elektrotechnik. Am Hogenberg 7 und 9 in Hasslach bei Wangen im Allgäu. Hier lässt es sich leben. Am Hogenberg 7 und 9 in Frauen im Allgäuernos von